Moin Jungs, da bin ich wieder. Ich habe mir die Demo von Pro Evolution Soccer 2016 und FIFA 16 runtergeladen, um einfach jetzt so einen Spielevergleich zu starten. Ich fange an mit Pro Evolution Soccer 2016 und musste gleich am Anfang feststellen, dass man wieder so wie gewohnt von Pro Evolution, dass man viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Ich konnte die jetzt nicht alle durchgehen und probieren, weil es war wirklich ein Haufen von Einstellungen und einzelne Spielwege von Spielern und hast du nicht gesehen. Also es wäre mir viel zu lang gegangen, um da wirklich komplett durchzublicken. Ich glaube, da ist man echt einen halben Tag beschäftigt. Was mir relativ schnell aufgefallen ist, dass die Spielanimation, also wie die Leute ins Stadion reinlaufen, dass es glaube ich auf 60 FPS läuft. Also es sieht sehr, sehr flüssig aus. Das Spiel an und für sich läuft, glaube ich, nur auf 30 FPS und es sieht auch nicht so schön aus. Also die Fans im Stadion, das kommt mir sehr billig und veraltet vor, die Grafik. Die Animation von den Fans ist wirklich Katastrophe. Die Fangesänge hätte ich mir jetzt auch mehr erwartet, das ist auch wie vor drei Jahren. Also allgemein kommt mir das Spiel sehr alt vor, also dass da in den letzten Jahren einfach alles verschlafen wurde, was man verschlafen kann. Dass da keine großartigen Neuerungen gekommen sind. Die Leute, die bewegen sich nicht so vom Gefühl her so im 360-Grad-Modus, sondern einfach, die haben acht Himmelsrichtungen vorgegeben, in der sie sich bewegen können. Das ist oben, unten, links, rechts, links, oben, rechts, oben, links, unten und rechts, unten. Und in den acht Feldern bewegen die sich, also da ist auch wenig Spielraum. Mir kommt das ganze Spiel auch relativ statisch vor, also die Abwehr, die bleibt hinten einfach stehen, da ist keine große Bewegung drin. Die Stürmer sind immer die gleichen, ihr habt wirklich so das Gefühl, nach drei, vier Spielen, wo ich jetzt gemacht habe, dass man einfach die Wege von den ganzen Spielern schon voraussehen kann. Also es ist nichts Individuelles dabei, das ist alles statisch, so wie man es eingestellt hat, die Formationen und so, bleibt die 90 Minuten lang stehen ohne Spielerwechsel oder so. Mir kam es jetzt auch nicht so vor, dass ich einen Unterschied merke, ob ich jetzt mit dem Innenverteidiger nach vorne dribble, oder ob ich mit dem Stürmer nach vorne dribble. Also der Stürmer kam mir zwar einen Ticken schneller vor, aber sonst vom Dribbling, vom Schießen, vom Passen, egal was für Spielerwerte man hat oder der Spieler hat, unterscheidet sich nicht großartig von einem anderen Spieler. Also es ist, ich finde es irgendwie ein bisschen arg schwach. Weil wir haben es jetzt 2015 und das Spiel kommt mir vor wie 2010 oder 2011 oder, ja, ist doch schon älter. Grafisch nichts Hervorragendes. Also vor zwei Jahren habe ich die letzte Demo von Pro Evolution Soccer gespielt und da dachte ich mir, Alter, ich hocke im Stadion, die Grafik ist so gigantisch, die sieht aus wie echt. Und ich bin wirklich schockiert, weil vom Gefühl her habe ich so das Gefühl, die sind noch schlechter wie vor zwei Jahren. Also das Ganze geht so rückwärts. Es ist wirklich, ich bin so dermaßen enttäuscht, dieses Spiel ist so dermaßen schlecht. Ich kann es in Worten nicht fassen. Also ich kann wirklich an dem Spiel nichts Positives feststellen. Egal ob es jetzt das Dribbling ist, das Schießen, das Passen, das ist alles so. Boah. Also ich muss wirklich sagen, Konami, das war wirklich ein Schuss in den Ofen. Wenn ich eine Note geben könnte, ich würde die fünf geben. Ich habe jetzt auch die verschiedenen Mannschaften gespielt, ob es jetzt Juventus war, wo sie ein Angebot haben, oder FC Bayern, Brasilien, Frankreich. Ich glaube, drei Mannschaften habe ich getestet gegen drei andere Mannschaften. Ich glaube, sechs gibt es, bin mir aber jetzt gerade nicht so sicher. Ich habe einfach mal jede Mannschaft so mal ein bisschen probiert. Also ich muss sagen, mir ist nichts aufgefallen. Also ich kann allein von der Spieler stärken oder von der Charakteristik von dem Verein, konnte ich nicht wirklich herausfinden, in welchem Verein ich gerade spiele. Die Spieler sehen alle gleich aus auf dem Feld, grafisch wirklich unter aller Sau. Und dann auch spielerisch, also es geht gar nicht. Also es geht wirklich nicht. Ich habe dann auch relativ schnell abbrechen müssen. Ja, jetzt geht es weiter mit FIFA 16. Da ist mir gleich von Anfang aufgefallen, dass mir nichts aufgefallen ist. Also optisch farblich haben sie ein bisschen was geändert. Zu der Hintergrund ist jetzt so ein helles, fröhliches Hellblau, wo dann ins Dunkelblau übergeht. Spielerisch auf dem Feld, muss ich sagen, die Fans sind immer noch so regungslos und animationslos wie davor. Das kennt man ja von FIFA oder anderen Fußballspielen. Das stört mich jetzt auch nicht unbedingt. Es wäre zwar schön, wenn mal die Fans auch mal ein bisschen Torjubel, ja Torjubel zeigen sie, aber so ein bisschen die Mannschaft anfeuern oder Trikots in die Luft halten oder Plakate oder so. Das ist eigentlich alles wie gehabt wie bei FIFA 15. Also ich vergleiche jetzt einfach mal FIFA 15 mit FIFA 16 und da konnte ich jetzt keine großartigen Veränderungen feststellen. Klar, die Grafik ist super, vielleicht einen Ticken besser als bei FIFA 15, aber nicht so, dass es einem gleich auffällt. Die Abläufe von den Spielern, was sie so angepredigt haben, so dass die Abwehr noch mehr die engen Räume zumacht und auf die Stürmer eingeht, konnte ich jetzt nach drei Testspielen überhaupt gar nicht vorstellen. Also mir kam es eigentlich vor wie FIFA 15. Ich konnte eigentlich keinen großartigen Unterschied feststellen. Mir ist aufgefallen, dass der Torwart neue Animationen hat. Das ist mir eigentlich gleich aufgefallen. Dass die Schüsse sich ein bisschen verändert hat, dass wenn man falsch antippt, also die Schusshärte ein bisschen stärker oder schwächer macht, dass es eigentlich schon Auswirkungen hat. Jetzt nicht so gravierend, wie sie es im Vorfeld angekündigt haben, aber ich merke es einfach, dass es ein bisschen anders ist. Und die Abwehr, wo einfach die Schüsse blockiert und auch die Grätschen, also allgemein so das defensive oder der defensive Bereich, den haben sie ein bisschen angepasst, ein bisschen verbessert. Meiner Meinung nach eigentlich zum Positiven. Das sieht jetzt einfach ein bisschen authentischer und realistischer aus, aber der komplette Wow-Effekt fehlt mir einfach. Also ich muss sagen, das ist, jetzt könnte man mit so einem kleinen 3,99 Euro, 3,99 Euro DLC eigentlich auch ausbaden. Einfach den Leuten, die im Sommer jetzt die Vereine gewechselt haben, die anpassen, dann die neuen Trikots anpassen, kleine grafische Leckerbüste noch reinwerfen in das Update und schon hat man FIFA 16. Mir ist jetzt großartig nichts aufgefallen, was jetzt wirklich sagen muss, hey, das ist das neue Ding. Also es ist sehr, sehr viel gleich geblieben. Ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Also der Sprung zu FIFA 11 und FIFA 12 war wesentlich größer, als jetzt der Sprung zwischen FIFA 15 und FIFA 16. Aber es ist auch nicht schlimm, weil FIFA 15 hat mir schon gefallen und wenn FIFA 16 gleich ist wie FIFA 15, passt es eigentlich auch. Ich hätte mir zwar mehr erwartet, aber kann mir jetzt nichts ändern. Ich werde es auf jeden Fall spielen und ich freue mich auf den neuen Foot-Modus und auf die neuen Spieler und in der Karriere hat sich dann auch was geändert. Das kann man nur und leider jetzt hier in der Demo nicht feststellen. Ich kann jetzt einfach nur das Gameplay, also ein Spiel oder ja, das Spiel ist an für sich, das kann ich jetzt hier bewerten. Was jetzt im Menü oder unter Menü Neues dazukam oder weggefallen ist, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen mit der Demo, aber das wird sich zeigen, sobald die Fallversion auf dem Markt ist. Das war es auf jeden Fall mit dem Video schon. Meine Kaufempfehlung geht ganz klar an FIFA. Nicht, weil ich dafür einen Haufen Geld bekomme, sondern weil die einfach die Lizenzen haben und einfach das Gameplay viel geiler ist, die Grafik geiler. Es gibt nichts, wo Pro Evolution Soccer punkten könnte gegen FIFA. Das war es auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall wieder rein. Ich werde jetzt in Zukunft öfters FIFA-Videos bringen. Gerade Ultimate Team habe ich vor, eine Serie hinzumachen und auch weiterhin GTA. Und ja, das war es jetzt mal. Viel Spaß und einen schönen Tag noch und wir sehen uns.